20 Sekunden nur. Hier seht ihr mein Auto. Mit geiler Wall. Habe ich selber gemacht. Das war eine Anlage. Das war eine Limo. Aber so habe ich es jetzt gemacht. Das war die eine Mädchen-Limo. Hochzeits-Limo. Und da kommt der Bus raus. Dann sind die zwei Subbufe, die es antreten. Schau eure GTM Racer.